So, willkommen zu einem weiteren Video und zwar geht es heute darum, wie ihr von Facebook ein Video runterladen könnt. Das Ganze funktioniert jetzt so auf dem PC, sowie auch auf dem Android Smartphone. Ihr geht als erstes auf getfacebookvideo.com, so wie es hier geschrieben ist, getfbit.com. Relativ kurz und knaggig hier kommt man auf jeden Fall an das Video ran. Den Link habe ich jetzt schon kopiert, den fügt ihr einfach ein und drückt auf Download und das war es auch im Groben und Ganzen schon. Jetzt könnt ihr das Ganze in MP3 in normaler Qualität oder in HD Qualität runterladen und das war es auch schon. Also heute ein relativ kurzes Video, aber trotzdem sinnvoll. Also wenn ihr hier jetzt auf Download drückt, lädt das Video auch schon herunter und dann habt ihr auch schon das Video. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und folgt mir auf Instagram. Peace. Dos. Bis zum nächsten Mal.